Ja meine Freunde, hab ich gerade erschreckt, oder? Ja meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinen Kanal. Wir spielen ein Horrorgame, ja. Hätten wir nicht erwartet, ist aber so. Wir spielen heute ein Horrorgame, was von einem Entwickler gemacht wurde, ja. Und was sogar ziemlich gut war. Zwar ein bisschen kurz, aber gut. Aber bevor es losgeht, und ihr wieder in das altbekannte Stress-Gefühl reinkommt, wenn ihr meine Videos schaut, würde ich euch noch raten, kürzen mit mir eine Runde zu meditieren. Okay, schließt alle, ich sehe das frei, ja. Schließt alle eure Augen und meditiert. Okay. Ich stelle euch vor, ihr lauft an einem Strand, es ist sonniges Wetter. Ihr lauft an einem Strand entlang, über euch vögeln die Vögel, zwitschern die Vögel. Ihr lauft in einen Wald hinein. Und es ist abendrot. Ihr schaut auf euer Handy. BAM! Klatscht euch der Pfarrer ein Video ins Gesicht. Oh, wir sind starben rein heute. Ich weiß nicht, was heute los ist. Fragt am besten nicht, okay? Lasst es, lasst es einfach. Bis gleich, tschüss. Abonniert diesen Kanal, wenn nicht, dann nicht. Amen. Wenn ich nicht in den Luft gegangen gehe, dann... Jetzt ist Sound da. Sound... Joined the chat. Oh ja, man, das sieht sehr vertrauenswürdig aus schon wieder. Okay, yo, mein Lieber, jetzt kommen wir zu einem weiteren Part. Da ein weiteres Video hier vom Kanal, wir spielen Get Out oder so. Wir starten rein. Nein, das sieht schon... Digga, das hat eine gute Grafik. Ja? Aber... Die Mausempfindlichkeit stört mich doch ein wenig. Äh, hallo? Keine Ahnung. Äh, egal. So, was gibt's hier? Hallo? Hm. What the fuck? Das leckt. Um leckt das Game. Morguum White 4. Was, Bruder? Okay, ähm, kann ich hier... Kann ich schlafen gehen? Nein, okay. Opa. Junge, jetzt habe ich gerade voll die Tür gegen das Gesicht bekommen. Was soll denn der Scheiß? Okay. Junge, ich seh... Äh, yo, ähm... Ich glaube, wir löschen den Spiel. Als wenn es Game wird schon so an. Kann ich mich... suchen? Halt die Fresse. Was? Ich muss mich nicht rumdrehen. Das Game hat eine erschreckend gute Grafik von Indie Game. Das mag ich nicht. Sieben, acht, drei. Ich würde... Sieben, acht, drei. Okay. Okay, okay, okay. Sieben, acht, drei. Perfekt, dankeschön. Da kann ich anscheinend nicht rein. Digga, was ist denn so... Soundeffekt? Huuu! Huuuuu! Übersehen wir jetzt einfach mal, okay? Ich habe eine Taschenlampe. Oh Gott. Okay. Interessant. Hallo. Kann ich da nicht rein? Hä? Also anscheinend nicht. Okay. Darf ich nicht? Ja, das sieht sehr vertrauenswürdig aus hier drin. Okay, der war gerade schlecht, ne? Der Jump Skater war gerade echt schlecht. Ja, ja. Mal hier rappen. Okay. Und verstecken, hoffe ich nicht. Ja, und jetzt? Ah! Okay. Irgendwas läuft hier doch. Ich höre das. In dem Moment, dass ihr auch eure Ohren platzt, mache ich jetzt ganz scheiß mal ein bisschen lauter. Ich habe das eure Ohren genau geplatzt wie meine. Alter, ist das eklig. Ich hasse Geräusche, die genau in meinem Ohr drin sind. Das... Eine Puppe! Das könnte mein neues Lieblingsspiel werden. Na, du trägst, wie du ihn nimmst. Ah! Nein! Das Ding ist sehr angenehm tatsächlich, ne? Ach, perfekt. Da kann ich jetzt kurz einen Zwischenschiss machen, damit ich mir nicht allzu die Hosen vollkack. Was will die Oma? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die will einfach nur... Ah, die will einfach nur... Woher kommt das? Von hier? Oder von hier drin? Ne, keine Ahnung. Hä, wo der fack? Ah! Achso, ne, halt so. Geh. Geh. Los. Operate this laptop and use calculator. App to type the code for get out from here. Ah. Huhh, ha, 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 ha. GTA fünft! TikTok! Ist es legal? Was ist denn? Sie benutzen ein Z-Symbol, um die Krieg zu unterstützen. Okay... Aber ich kann wahrscheinlich nichts anderes, oder? Kann ich sozusagen einfach was... Valorant? Eben wie Games? Okay, ich glaube, ich kann hier nichts... Öffnen, außer das hier. Okay, wait, ähm... 7, 8, 3... Gleich. Wrong? Hä? Hä, was für Wrong? Hä, das war auch richtig. 7, 8... 3! Wrong! Wrong! Ich versuch mal nach Zeitzahl. Okay... Ah... Wait... Hier? Ne... Hier? Verbaust... Ah, Shutdown! Okay... Ah, das Game ist sehr lustig... Ich seh's schon... Ah... 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 Das rote... Rote Leuchten, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Kann ich bitte nicht gegen jede Tür laufen? Dankeschön. Warte... 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 Das ist dann bestimmt dich, aber wie komm ich da ran? Ich kann... Ich kann da nicht... Das öffnet es nicht ganz. Na guck ich kann... Okay, das ist ein Bug. Das ist ein Bug. 100%ig. Eigentlich sollte die Tür hier ganz aufgehen. Also nach außen zumindest. Ähm... Aber ich weiß nicht gut. So... Okay... 7... 8... 3... 6... 5... 1... Alright... Okay... Und jetzt? Ja... Chillig... Chillig... Ah... Ah... Okay... Okay... Nein... Nee... Nee... Lul... Okay, das war's. Chilliges Game? Warte mal... Ich will mal was testen. Das war's. Sehr schön. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.